Aufregende Zeiten für Schwester Ewa, 34. Im Sommer 2017 wurde der Skandalrapperin 35-fache Körperverletzung, Steuerhinterziehung und sexuelle Verführung Minderjähriger vorgeworfen. Vor wenigen Wochen fiel schließlich das Urteil, die Musikerin wurde zu zweieinhalb Jahren hinter schwedischen Gardinen verdonnert und das nicht etwa alleine, sondern mit ihrer neugeborenen Tochter Alija Jäle. Trotz des Trubels, der das Leben der gebürtigen Polin überschattet, bleibt dennoch Zeit für positive Gedanken, Ewa ist dankbar, die Beat-Bastlerin verwöhnt ihre 530.000 Follower auf Instagram aktuell mit einem neuen schnuckeligen Schnappschuss von sich und ihrem Mädchen. In meinem Leben ist alles nach Plan gelaufen, nur der Plan war scheiße, schreibt sie scherzhaft zum Pick. Doch für das Ungeplante bin ich sehr dankbar, Alija Jäle, lauten ihre Zeilen weiter. MIT der Mindedigen Hashtag Babybombe hatte die Reimkünstlerin vergangenen November auf Social Media platzen lassen. Ihr hört richtig, ich bin mittlerweile im siebten Monat schwanger, lauteten ihre Zeilen. Wer der Vater des Kindes ist, ist bis heute nicht bekannt. Tipps für Promiflash Einfach E-Mail an tipsitpromiflash.de Beide Vielen Dank.